Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Odin war shoppen. Ich muss nur gucken, wo ich anfange. Viele haben darauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Es wird auch ein längeres Video, ich warne euch schon vor. Ich kann auch diesmal wieder viel verlinken, weil ich das meiste bei Amazon gekauft habe. Beim letzten Video konnte ich euch kaum was verlinken, weil ich habe nichts vergleichbares. Also ich versuche ja, wenn ich bei Netto, Lidl oder so was kaufe, immer was vergleichbares bei Amazon zu finden. Habe ich das letzte Mal nicht gemacht, konnte ich nichts verlinken. Ich mache mal so. Stativ ein bisschen anders. Wir haben hier zwei große Pakete und zwei Sachen, die ich nicht bei Amazon gekauft habe. Für 8,99 Euro habe ich hier so eine Gardinen-Set gekauft mit Schmetterlingen und Blümchen. Für das Badezimmer. Wartet mal, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs sehen. Das ist Ober- und Unterteil. Die sind auch wirklich farbig. Um mal hier was Neues zu holen und ein bisschen was schöner zu machen. Weil bis jetzt habe ich, seit ich hier wohne, oder auch in einer alten Wohnung, immer die gleichen Gardinen dran gehabt. Seit Jahren. Und die wasche ich und hänge sie dann gleich wieder auf. Eine Küche habe ich mit Kaffeetassen und so. Und die mit Schmetterlingen, die sollen in eine Küche kommen. Und die hier ins Badezimmer, die sind halt einfach nur weiß mit... Nein, nicht ganz weiß. Haben halt so ein Muster. Seht ihr das? So ein bisschen. Und die haben auch... Ne, die haben 9,99 Euro gekostet. Also hier. 8,99 Euro. 9,99 Euro. Die habe ich bei Repro geholt. Den Repro gibt es, glaube ich, online. Kann man da auch bestellen. Ich gucke mal, ob ich die auch für euch online finde. So. Ich muss mal gucken, dass ich die hier hinpacke. Ich fange mal mit dem unteren zuerst an. Weil das ist das, was ich zuerst bestellt habe. Und hier sind ja noch Kartons, die ich noch abarbeiten muss. Hier hinten ist auch noch was Schönes, was Großes. Das kommen wir dann zum Schluss zu. Da habe ich was bei Ebay gekauft. Da habe ich ein Knallerangebot gekriegt. Mein Zeug, was ich bei Spock bestellt habe, ist immer noch nicht da. Und das Zeug, was ich bei Jomo oder Jaumo oder wie die heißen, bestellt habe, ist auch noch nicht da. So. Dann haben wir... Und hier fehlt auch noch von der Bestellung. Also da sind zwei Bestellungen. Einmal die und einmal die. Und bei der Bestellung fehlt auch noch was. Zeige ich euch auch gleich, was da fehlt. So. Da habe ich mir einmal bestellt... Kann man das sehen? Glas. Für mein... Huawei P10. Weil mit dem gehe ich nicht so pfleglich um. Also das liegt jetzt, ist da am Laden. Da habe ich schon wieder einen Riss, weil ich auf Bett geschmissen, wo ich ins Bett gegangen bin. Und dann halt ungünstig auf Kopfkissen zwar, aber dann ist es runtergerutscht. Und da habe ich jetzt einen langen Kratzer, also Bruch, was man so nicht sieht, aber wenn man so macht, schon. Und dann oben so ein Kleinen. Und da habe ich gedacht, ja, stellst du halt neu. Okay, waren, äh, sind wie gesagt, dann drei Stück drinne hier. Oder vier? Dreie. Dreie müssten hier drinne sein. H9. Äh, was habe ich jetzt halt? Sieben Euro noch was. Von... CR... Sox oder so. Keine Ahnung. Hat eine gute Bewertung und da habe ich dann zugegriffen. Dann legen wir das erstmal beiseite. Dann habe ich mir... eine DVD bestellt. Gab's nur auf DVD. Gibt's nicht als Blu-ray. Und zwar Crystal. Und zwar das neue. Jetzt ist Papa dran. Habe ich mit Frauchen auch schon geguckt. Ist mega lustig. Kann ich euch empfehlen. Und ich habe die erste von Crystal bestellt. Weil Mario Barth sammle ich ja auch. Und Paul Panzer habe ich auch so ein bisschen schon angefangen. Äh, da habe ich aber alles eher so auf... Ja... Prime Video. Also, dass ich halt... Also, beim Fire TV... Also, nicht physisch Muster, sondern richtig online halt. Ja, und deswegen... Habe ich hier das hier noch. Das zeige ich euch ganz zum Schluss. Ein bisschen... Bisschen auf der Folter muss ich euch noch spannen. So, dann habe ich hier... mir eine Schürze gekauft. So, das ist auch in schwarz. Ja, seht ihr das? Die kommt dann gleich in die Küche. So. Und warum habe ich mir eine Schürze gekauft? Ich habe mir eine Schürze gekauft, weil... Einmal zum Kochen, dass ich mich nicht immer beschmaddere. Weil letztens habe ich... Äh... Bauern... Ne, was habe ich denn gemacht? Bauern... Bauern-Toffel gemacht, genau. Und da habe ich mich... Beim Umrühren kam dann... Puh, weil es ein bisschen heiß war. Puh, und dann war das schöne weiße T-Shirt. Nicht mehr weiß. Und... Äh... Für Juna, also meine kleine Tochter, wenn ich mit der jetzt demnächst dann... Wenn ich die dann irgendwann mal basteln kann, kann ich die Kochschürze auch als Bastelschürze nehmen. Kann man auch gut reinigen. So. Dann... Für mich und meine Frau... Äh... Das sieht so aus... Sind zwei Rollen. Ähm... Das Klettband. Also einmal die... Eine Rolle ist weiche Zeug und eine Rolle ist diese... Harte, was oben rufkommt. Das kannst du kleben, kannst du aber auch aufnähen oder einnähen im T-Shirt, in einem Pullover oder was weiß ich und was drauf tackern oder so. Das habe ich bestellt. Erstmal, weil es im Angebot war. Und weil meine Frau gesagt hat, wir brauchen Klettband, wenn mal was ist. Weil sie will sich unter ihrem Schrank, möchte sie sich eine Lampe ranmachen, aber die soll mit Klettband ran, damit sie es, wenn sie keinen Bock hat, abmachen kann oder gegen eine andere Art austauschen kann. Jetzt will sie halt mit ihnen mit drei Lichtern. Wenn ihr dann irgendwann zu wenig ist, kann sie ja austauschen mit vier oder fünf Lichtern und deswegen Klettband. Ich habe bei mir ja auch mit Klettband. Und deswegen habe ich das geholt. Und das kann man auch gleichzeitig einnähen oder aufnähen auf eine Jacke und dann aufnäher ruf oder was weiß ich. Dafür ist das auch gut geeignet. Habe ich nämlich extra aufgepasst. Das stand nämlich in der Beschreibung und habe gedacht, eins für beides auf jeden Fall. So. Dann habe ich mir ein Zweierpack USB-Kabel bestellt. Da kommen noch mehr. Die mache ich erstmal beiseite. Ich zeige die euch dann gleich mal ausführlich. So. Dann, das muss ich auch hier drinnen lassen. In dem Karton habe ich mir einmal Antikalk bestellt. Antikalk Liquid für meinen Vollautomaten. Weil den muss ich jetzt demnächst nochmal reinigen. Und ich habe das immer auf der lange Bank geschoben, um das Reinigungszeug zu holen. Ich habe, von dem habe ich glaube ich noch was. Das ist Perfekt Clean. Das ist für Milchtank und sowas alles. Davon habe ich glaube ich noch was. Aber das andere ist alles nicht mehr da. Dann habe ich mir die Entkalker-Tapsi geholt. Also ein Komplettpaket. Ich mache komplett sauber alles. Und Wasserfilter sagt die Maschine zwar noch nicht. Aber ich habe keinen Wasserfilter mehr da. Ich habe den letzten Jahr da eingebaut gehabt. Und die Maschine sagt mir eigentlich wann Wasserfilter dran ist. Und deswegen habe ich jetzt in weiser Voraussicht auch gleich noch einen Wasserfilter mit dazu bestellt. Das ist auch für meine Melitta. So. Das kommt dann alles in die Küche. So. Das kommt dann in meinen Kaffeeschrank. Ich habe nämlich in der Küche einen Kaffeeschrank. Also da ist nur Kaffee drin und Tee ein bisschen. Und Katzenfutter. Also Trockenfutter. Da habe ich nämlich so einen schmalen Platz. Da schiebe ich das immer rein. Dann kommen die Katzen nicht ran. Können es nicht umknippen. Können es nicht aufknabbern. Und das ist in Sicherheit. Und weil ich nehme jetzt immer das teure Katzenfutter, das Felix. Weil das alte wollten sie jetzt nicht mehr. Jetzt kriegen sie Felix. Und da kann es schon sein, wenn die gierig sind. Und denen dann auf dem Tisch in einer Schale nicht ansteht. Und sagen, wir wollen lieber frisch, dass die die Packung anknabbern. Und dann ist da ein Loch drin. Kommt alle draus. Nee, ist dann doof. So. Dann kommen wir zum nächsten. Dann einmal nochmal USB. Wie gesagt, die zeige ich euch nachher. Und nochmal USB. Und ich erkläre euch auch dann warum. Dann haben wir hier einmal so ein Ding. Das ist so ein Scheibenwischer-Regenerierungsteil. Da macht man das silberne, macht man hier hoch. Und macht dann auf die entsprechende Länge, wie der Scheibenwischer ist. Warte. Also das, was auf der Scheibe liegt. Und guckt dann halt so, dass das die richtige Höhe hat. Der kommt dann hier rein. Da. Da. Und dann geht man damit einmal lang. Und dann macht man praktisch die oberste Schicht. Wird dann abgerubbelt. Hier ist dann so ein Schleifstein drin. Damit wird die oberste Schicht abgerubbelt. Das ist bei Scheibenwischern, die halt nicht mehr so taufrisch sind. Damit kann man die nochmal kurzzeitig. Oder ich werde ja sehen, wie lange. Ich weiß es nicht. Für eine Weile regenerieren. Also, dass die wieder vernünftig ihre Arbeit tun. Weil man die oberste Schicht wegschleift. Und die funktionieren dann immer noch. Und man muss noch keine neuen ranbauen. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen geizig. Aber wenn man unterwegs ist. Und nicht gleich was da hat, um Scheibenwischer zu kurven. Wenn die mal versagen. Oder man merkt jetzt. Ach, jetzt geht es doch langsam nicht mehr. Und man sieht scheiße. Dann das Ding. Ran. Andere Seite. Ran. Fertig. Obwohl man da steht. Soll man mit Seifenwasser vorher machen. Also den Scheibenwischer vorher mit Seifenwasser einwaschen. Und dann. Ja. So. Das habe ich. Dann. Da fehlt auch noch was. Habe ich mir bei Amazon 13. Also eigentlich drei sind jetzt hier. Ich habe mir vier CDs gekauft. Den Link packe ich euch unten drunter. Das ist Sandiano. Nicht lachen. Erkläre ich euch gleich. Ich habe die gekauft. Mit der Audio-Rip-Option. Das heißt. Ich habe jetzt hier drei CDs. Die vierte sollte heute kommen. Kam nicht. Die denke ich mal wird hoffentlich dann mal morgen kommen. Ich habe alle geholt. Die Sandiano hat. Außer die Live-Dinger. Und hier sind auch Bonus-Songs. Mit bei. Weil es die neueren Versionen davon sind. Aber egal. Dieses Audio-Rip heißt. Ich habe jetzt hier drei CDs. Müsst ihr euch jetzt viere vorstellen. Vier CDs. Die kann ich jetzt in CD-Playerin machen und hören. Aber. Da ich diese vier mit dieser Audio-Rip-Option. Oder dass die angeboten wurde. Also weil ich sie nicht gebraucht habe. Sondern wirklich nagelneu. Und die Audio-Rip-Option mit angeboten wurde. Und die Audio-Rip-Option mit angeboten wurde. Heißt das. Ich habe jetzt die drei. Oder beziehungsweise vier. Physischen echten CDs hier. Gleichzeitig habe ich aber auch alle CDs in meinem Amazon Music. Also in Prime Music. Zusätzlich. Nicht nur, dass die da drin sind. Ich habe ja auch das Amazon Music Programm. Also das ist so richtig so eine Software. Wo man dann am PC Musik hören kann. Ist so ähnlich wie halt auf dem Fire TV. Oder wenn man die Browser-Version aufmacht. Aber da kann man dann sagen Download. Da geht man auf meine Musik und sagt. Hey. Herunterladen. Und dann kann man die CDs, die man gekauft hat. Mit Audio-Rip-Funktion. Oder die reinen MP3s. Man kann ja auch sagen. Ich brauche keine echten Santiano CDs. Ich nehme jetzt nur die MP3-Version. Die ist dann bei meiner Musik mit drin. Dann kann man die Lieder oder die CDs. Kann man sagen. Runterladen. Die werden dann runtergeladen. In Standard. Gemäß in den Ordner Musik. Wird ein Ordner erstellt. Amazon. Und da kommt es dann rein. Ja. Und warum habe ich jetzt Santiano geholt? Ich habe ja schon Santiano gehabt. Meine war aber nicht mehr. Also die ist hier Sprung. Sehr Sprung. So. Und ich habe versucht die zu retten. Habe die kopiert. Und alle. Aber es ging nicht mehr. Es war immer noch. Auch wenn ich sie in den MP3 um mir wandelt habe. Und versucht habe. Ganz langsam sie auszulesen. Huff. 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 Bei einigen Liedern. Und deswegen musste ich neue holen. Und mit Audio-Rip-Funktion auch. Deswegen. Dass ich sie im Fire-TV hören kann. Weil ich habe das Fire-TV hier im Wohnzimmer. Im Schlafzimmer. Im Kinderzimmer. Und oben bei meiner Frau. Im Wohnzimmer. Die CDs. Die brauche ich jetzt nicht brennen. Oder irgendwas dergleichen. Weil ich habe ja die MP3-Rip-Funktion. Das heißt die Originalen kommen in die Schrankwand. Dass denen nichts passiert. Und die MP3 werde ich dann auf CD brennen. Auf eine CD. Oder auf mehrere CDs. Weiß ich noch nicht wie ich es mache. Für meine kleine Tochter oben. Bei meiner Frau. Weil Santiano steht die drauf. Das beruhigt die. Das hören wir jetzt momentan halt die ganze Zeit im Auto. Weil es die kleine Juna beruhigt. Und da ist die komplett. Gestern auch. Oder nee. Doch. Gestern. Da war sie so oft geriecht. Meine Frau hat sie nicht beruhigt gekriegt. Ich habe Santiano angemacht. Ruhe. Riecht sie da. Ja. Und da habe ich jetzt hier. Habe ich. Bis ans Ende der Welt. Und das ist hier die neueste. Haithabu. Im Auge des Sturms. Da ist so ein geiles Lied. Mit beiden Mädchen aus Haithabu. Haithabu ist eine Stadt bei Hamburg. Da ist auch ein Wikinger-Museum. Für die Leute, die es interessiert. Vom Leben, Tod und Freiheit. Und die andere fehlt halt noch. Da warte ich noch drauf. So. Haben wir das. Dann haben wir hier das noch. Und das noch. Und das noch. So. Dann habe ich hier einmal. Taschenlampen. Ich muss erstmal gucken, ob es die richtig ist. Ne, das ist die, die aus ist. Ich zeige euch jetzt nur eine. Es sind aber zwei hier drin. So. Das ist einmal eine Taschenlampe. Die hat hier auch oben Metall. Damit kann man dann halt auch eine Scheibe einschlagen. Und wasserdicht und sowas. Und hier ist ein Magnet. Da kann man so auch an der Tür vom Auto machen. So. Und dann sollte das eigentlich hier leuchten. Wenn man das so macht. So. Irgendwie leuchtet das bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Aber eigentlich sollten die. Die blinken nur kurz auf. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Lichtsensor drin ist oder so. Das werde ich mal im Dunkeln nachher testen. Und die kann man dann halt hier hinten anmachen. Die ist ziemlich hell. Und wenn man das hier. Seht ihr das? Ich zeige euch das mal so. So. Ein bisschen nach unten leuchten. Und wenn ich, also man kann den Kegel beeinflussen. Und dann kann man das größer machen. So. Aber. Nicht nur das. Ich sage euch auch gleich, warum ich die gekauft habe und warum im Doppelpack. Da ist so ein Ding mit bei hier. Da kommen vier normale Batterien rein. Äh, drei normale kleine Batterien rein. Seht ihr das? Seht ihr das? Ja. Ich habe auch was vorbereitet. Aber. Batterien sind nicht mit bei. Wir können auch einen ganz normalen 18650er. Die hat jeder Dampfer zu Hause. Oder fast jeder Dampfer. Ganz normale 18650er. rein. Und an. Und sie leuchtet. Und sie leuchtet. Geht jetzt unten an? Ne, immer noch nicht. Also wir können die praktisch mit normalen Batterien betreiben. Oder mit einem 18650er Akku. Akku ist natürlich besser. Kriegt man schneller geladen. Klar. Ich habe jetzt hier erstmal zum Testen nur die normalen. So. Und wieder normale Batterien rein. Und es geht. Ja, warum habe ich zwei geholt? Ganz einfach. Ich hatte mir ja so eine gründige Taschenlampe geholt bei Netto. Warte, glaube ich. Die ist jetzt kaputt. Die ist runtergefallen. Seitdem geht die nicht mehr. Ab und zu blinkt sie noch. Aber mehr auch nicht. Und dann wollte ich ja. Aber hier haben wir noch so ein Plastik. Achso. Hier kommt der Akku eigentlich rein. So. Hier. So. Ich zeige euch das mal richtig. Nicht, dass ich was Falsches zeige. So. Da sind so Plastikkatten. So durchsichtige Plastik-Dinger mit bei hier. Da macht er die Batterie einfach rein. Und dann kommt die hier rein. So. Ohne ist halt schlecht. Wie ein Kontakt und so. So. Und dann geht die halt. So. Und die sind. Also Batterien sind halt nicht mit bei. Aber die Plastikkatten sind mit bei. Drei und zwei. Ja. Und ich wollte halt neue. Neue Taschenlampe holen. Weil. Ich habe. Ich habe eine kleine Tochter hier. Und. Wenn mal Stromausfall ist. Oder. Wenn mal wieder irgendwo der Blitz einschlägt. Oder so. Das war ja schon ein paar Mal hier. Dann brauchst du halt Licht hier zu Hause. Und dann musst du Licht haben. Dass die Kleine halt keine Angst hat. Und dass man halt die Wege findet. Wenn es hier wirklich abends stockdunkel ist. Das war ein Doppelpack. Da habe ich gedacht. Eher nicht für mich. Eher nicht für meine Frau. Nimmst du gleich den Doppelpack mit. Falsch machen kannst du nichts. Und deswegen habe ich die geholt. Dann fangen wir das mal ein. Dann habe ich. Das war auch ja ein Sportbilliger. 6,7 Euro bezahlt. So ein Plastikcase für eine Festplatte geholt. Kann man durchgucken. USB 3.0 Anschluss. Hier ist der Kabel. Das ist dafür da. Weil ich für meine Mama eine Festplatte fertigmachen will. Mit den Fotos der Kids. Und Videos die wir aufgenommen haben. Wenn wir unterwegs waren. Und hier zu Hause. Und so. Und da will ich die fertigmachen. Für meine Mama. Die kann sie dann im Fernsehren machen. Und kann dann gucken. So. Dann habe ich hier noch was. Weil es wird ja jetzt langsam wärmer. Kann ich euch ja auch mal zeigen. So. Können wir das Ohr wegpacken hier. Pappe brauchen wir nicht. So. So. Brauchen wir auch nicht. Ich hatte ja schon mal so eine Trinkflasche euch gezeigt. In kräftigeren Rosa. Das war die 500 Milliliter Variante. Und weil es jetzt Sommer ist. Und die Kleine halt viel trinkt in der Schule. Die sagt dann immer. Die hat sie aufgefüllt. Und was weiß ich. Habe ich gedacht. Holst du noch eine. 600 Milliliter sind es diesmal. Also die gibt es halt nur in diesem schwächeren Rosa. Holst du noch die 600 Milliliter Variante. Dann hat sie zwei Flaschen mit bei. Das sind über einen Liter. Da ist sie auf jeden Fall länger gewappnet. Und da ist so ein Strohäum. Den habe ich schon ran gemacht. Der ist mit bei. Die muss jetzt halt noch abgewaschen werden. Bevor die Kleine sie kriegt. Ist ja Wochenende. Passt das ja. So. Und auch hier. Bei dieser Flasche. Ist wieder so ein Putzding mit bei. Also hier mit Stiel. Was du wirklich unten vernünftig sauber machen kannst. Das ist Edelstahl. Also da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bist du gewappnet. Und kannst die vernünftig sauber machen. So. Dann. Achso. Wartet mal. Dann muss ich das erstmal hier noch rüberpacken. Das kommt weg. Die muss ich noch auspacken. Die kommen dann ins Regal. Das muss ich hier noch wegpacken. Das kommt ins Auto. Ich mache das einfach mal alles hier wieder rein. So. Dann kommt das alles erstmal hier wieder rein. Warum habe ich jetzt praktisch dreimal USB-Kabel? Also ich habe hier einmal einen schwarzen USB-C-Kabel. Der ist. Steht hier irgendwo die Länge. Der war jetzt nicht so lang. Der ist schwarz. Der hat jetzt hier so normale Länge würde ich sagen. Hier ein paar Mal rum ist er die Wacht. Der ist halt normale Länge. Weil meine Katzen haben mir meinen im Schlafzimmer angeknabbert. Beziehungsweise durchgeknabbert. Meinen, den ich hier im Wohnzimmer habe. Den langen. Also beide lange. Richtig lange. Die sind jetzt entschärft. Zusätzlich habe ich im Auto bei dem Kabelbruch. Weil der war eingeklemmt zwischen dem Sitz. Also kann ich im Auto mein Handy auch nicht mehr laden. Deswegen fürs Auto die beiden. Einmal ins Ladegerät. Also in den Adapter rein. Und einmal ins Handschuhfach für ein spätet Handy. Wenn Schatzi mal einen USB-C-Anschluss hat. Ein Mini-USB ist da auch auf Reserve und so. Dass wir da gewappnet sind. Oder für mich, wenn meiner wieder kaputt ist. Einmal. Also einmal ein Zweierpack. So. Dann. Das sind zwei. Die sind zwei Meter lang. Jeweils. Also nicht einer, ein Meter und nochmal ein Meter. Ne, beide sind zusammen. Also zwei Meter und zwei Meter. Die sind fürs Wohnzimmer und fürs Schlafzimmer. Weil die Steckdose im Schlafzimmer ziemlich weit weg von meinem Nachttisch ist. Also ein bisschen weiter weg von meinem Nachttisch ist. Und den muss ich jetzt ein bisschen besser verstauen. Damit die Katzen nicht ran gehen. Und der muss auch was länger sein. Dass ich das Handy vom Nachttisch ins Bett holen kann. Wenn ich auf der Seite liege zum Zocken oder so. Ein paar E-Mails beantworten oder so. Damit da genug Reichweite ist. Für das Wohnzimmer muss er ja in eine Steckdose. Dann an der Couch unten runter in eine Ritze lang. Und dann so vorkommen. Der kommt dann unter dem Kopfkissen vor. Also unter dem Zierkissen vor. Weil ich mag das nicht, wenn der so locker rumliegt. Wegen den Katzen. Und da ist der dann halt gut verstaut. Deswegen brauche ich da ausreichend Platz. Na komm her. Deswegen zweimal zwei Meter. Weil irgendwie gehen alle gerade kaputt. Also USB, Mini-USB habe ich noch so viele. Da habe ich mich Gott sei Dank eingedeckt. Und die waren bei E-Zigaretten waren die mit bei. Bei. Ach die waren bei so vielen Sachen mit bei. Wenn du was gekauft hast, war eigentlich immer irgendwo ein Mini-USB mit bei. Da habe ich den ganzen Stapel voll. Aber USB-C nicht. So. Und die Adapter, die hatte ich auch. Aber die sind jetzt mittlerweile auch schon alle kaputt. Weil die gehen nach einer Weile nicht mehr. Und dann, also gehen dann immer ab. Und da sind schon welche runtergefallen. Die liegen unter dem Bett. Da komme ich nicht runter. Ich habe Bock. Springbett. Wenn ein Ding runterrutscht und das Bett, das Ding ist schwer, kriegst du nicht an hier oben. Du hast doch keinen Platz, um da irgendwie durchzukommen. Weil da ist wirklich nur so viel Platz. So. Kommen wir zum nächsten. So. Das sind zwei. Die waren glaube ich Meter oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die habe ich auf Reserve bestellt. Die kommen, weil ich habe keinen mehr auf Reserve. Ich habe jetzt mit den Adaptern gearbeitet, die mir jetzt nach und nach kaputt gehangen sind. Und habe keinen auf Reserve. Ich habe kein USB-C Kabel mehr. Ich habe jetzt eigentlich meistens... Na Mausi. Hier ist Mausi. Da. Ich habe jetzt eigentlich mein Handy immer über den externen Akku geladen. Was ich euch gezeigt habe von Extra. Oder Extra. Wie heißen die denn jetzt? Hier kann ich euch ein Bild zeigen. Von X-Layer. Den hier. X-Layer. Darüber habe ich jetzt mein Handy geladen. Weil ich mein Handy nicht mehr anders geladen gekriegt habe. Also externen Akku geladen. Und weil der geht mit USB zu laden. Ja. Und dann eigentlich... Ja. Handy geladen. Und wenn der Akku leer war, habe ich den halb wieder aufgeladen. Und jetzt habe ich zwei auf Reserve. Und dann bin ich dann eigentlich hoffentlich gewappnet. Hoffentlich. So. Jetzt kommt noch was. Ich habe mir noch ein Schnäpperkind gemacht. Mausi. Ich habe ein Schnäpperkind gemacht. Und zwar bei Ebay. Habe ich mir einen... Achso. Hier sieht man die Adresse. So. Habe ich mir einen 4K Ultra HD Blue-Ray Player geholt. Der hat auch kein Display. Das ist wirklich nur so ein ganz kleiner... Wartet mal. Ich muss mal gucken, dass ich das vielleicht abmache hier. Weil hier ist das Schild vom Verschicken drauf. Man muss ja nicht meine Adresse sehen. Dann kann ich euch gleich zeigen, dass der Ultra HD ist. Jetzt von der Seite geht alles ab, oder was? Ihr wollt mich doch rollen hier. So. Der ist neu, original verpackt. Das ist der LG 4K Blu-Ray Player mit... Der hat HDR. UBK 80. Weil der UBK 90 unterscheidet sich nicht wirklich viel vom 70. Und zwischen dem 70 und dem 90 kam der 80. Und da haben sie das, was sie beim 90 haben mit dieser Aluschiene unten... Naja, haben sie halt verbessert. Und sonst gibt es da keinen Unterschied. Und nur deswegen mehr bezahlen ist auch Blödsinn. Der hat kein Display. Der hat Knöpfe vorne dran. Der hat eine Fernbedienung. Brauche ich auch kein Display, weil ich sehe am Fernseher, was los ist. Ich muss da nicht Kapitel-Wissig-Wat sehen oder so. Weil mir ging das auf den Sack mit der Playstation. Jedes Mal, wenn ich mit Frauchen in eine Blu-Ray oder eine DVD gucken wollte, musste ich erstmal in Einstellungen HDCP-Schutz anschalten. Dann wieder zurück. Dann hast du angemacht. Wenn du spulen wolltest, hat es nicht immer so geklappt. Ich wollte wieder eine Fernbedienung. Einfach eine normale Fernbedienung. Play, Pause, vor, zurück, spulen, links... Also vor und zurück spulen. Bin ich zufrieden. Der hat auch Amazon... Nee, Amazon hat er nicht. Der hat Netflix und was hat er noch? YouTube hat er auch drinne und sowas alles. Und hier steht es dann halt. Da seht ihr das. Ultra-HD-Player und da HDR und so. Und hier seht ihr auch das Bild. Also ich will den jetzt auch nicht auspacken. Ich will dazu ein extra Video machen. Ultra-HD, Blu-Ray, Disc, 3D-Blu-Ray-Disc, DVD und... Lektor-CD, keine Ahnung. Und hier irgendwo steht auch... Hier steht die Codex, was er hat. AVCD, Java, Diffex, High-Rest-Audio, HDMI, DTS, Dolby-Audio, Blu-Ray, Ultra-HD-Blu-Ray, Simple Link, Easy, LG, TV-Connect. Achso, das ist, wenn der hier wieder mit LG-Fernseher funktioniert, dann halt wieder besser. Kannst du halt mit Fernbedienung vom Fernseher den auch steuern. Über den Simple Link funktioniert super. Ich habe damals LG gehabt, da hat alles super funktioniert. MKV. Hier haben wir auch die Garantie. Und so ein Garantiesiegel ist hier drauf. Das kann ich euch jetzt aber schlecht zeigen. Aber irgendwo steht auch, dass der... Naja, müsste vielleicht innen drin stehen. Der kann auch. So, der kostet, der 90, also der aktuelle kostet 200, ein paar zerquetschte, glaube ich, war das. 200, ein paar zerquetschte. Der UBK 80 kostet eigentlich... Ich glaube, das waren 139 oder 149. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Nagelt mich da nicht fest. Nagelt mich nicht fest. Und der, der heißt doch Daniel, wo ich das gekauft habe, der das bei Ebay angeboten hat, hat das für einen Preis angeboten. Oder man kann auch einen Preisvorschlag machen. Und ich habe ihm einen Preisvorschlag gemacht, wo ich sehr glücklich bin darüber, dass der den angenommen hat. Weil ich habe schon teilweise Bilder für den gleichen Preis, fast den gleichen Preis gesehen. Aber da waren dann immer vier Klarfilme mit bei, die mich nicht interessiert haben. Brauche ich nicht. Ich will nur den Player. Alles, was dazu ist, hole ich mir selber. 8 Euro noch was waren versand. 8,90 Euro war versand oder sowas in dem Dreh. Und dann habe ich eben einen Preisvorschlag gemacht. Habe geschrieben, 75 Euro. Also Preisvorschlag war bei 75 Euro. Und unten drunter den Text habe ich geschrieben, 85 Euro inklusive Versand. Da hat er aber die 75 Euro so angenommen. Das waren dann mit Versand 83 Euro ein paar zerquetscht. Da muss ich in mein Ebay-Konto gucken. Das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Und da habe ich den nagelneu original verpackt. Für 83 Euro ein paar zerquetscht. Da bekommt er mit Versand logischerweise. Also ist Versand schon drin. Und dafür kann man nicht näh sagen. Musste ich zuschlagen. So. Also wenn ihr euch wundert, was das Bunte hier neben mir ist. Das ist das... Das ist das Beis... Der Stubenwagen von meiner Tochter mit dem Schafzeug, was ich gekauft habe. Meine Tochter ist aber gerade nicht drin. Normalerweise steht das, wenn ich Video mache an der Heizung. Wenn ich es aber an die Heizung stelle, wird der Raum nicht so warm. Deswegen habe ich gedacht, ich stelle es mir wieder... Ich stelle es mal kurzzeitig hier hin. Ich hoffe, euch stört das nicht. So. Ab jetzt mache ich mal gleich hier oben den Hashtag Werbung rein. So. Ich möchte euch noch was zeigen. Ich habe nämlich von Big Ben was zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, für... Drei Wochen. Drei Wochen. Hier ist ein Rücksendeschein mit drin. Alle drum und dran. Ist ein Pressemuster. Habe ich für drei Wochen zum Test bekommen. Das ist ein Arcade-Controller. Also mit so einem Stick und dann Knöpfen und so. Und dann will ich Street Fighter mal spielen. Und dann mag ich ein Unboxing und ein Hardware-Video. Und später auch ein Hardware-Check-Video. Steht zwar Big Ben drauf, aber hier steht es von Narcon. Ja. Das habe ich bekommen. Und ich hatte euch ja von Venom das Headset schon im letzten Video gezeigt. Bin ich immer noch nicht dazu gekommen, das Video zu machen. Mache ich jetzt aber die Tage. Definitiv. Aber ich wäre dazu gekommen, aber Frau war im Krankenhaus. So, und dann habe ich hier noch was bekommen, wo ich mega gespannt bin, wie das ist. Das sind zwei Aufsätze für L2 und R2 von Bionic. Für PS4-Controller. Da steht PS4-Controller. Und da sind die Aufsätze. Die macht man dann so rauf. Die sind dann halt, seht ihr das, dass die so ein bisschen länger sind. Aber hier sieht man es auch besser, wie man es rauf macht. Und dann, die sind so ein bisschen länger und so ein bisschen gebogen. Und dadurch soll man ein bisschen bei Shooter ein bisschen mehr Griff haben und nicht so schnell runterrutschen. Weil gut, bei manchen Spielen passiert es mir, wenn ich den Schnellmacher rutsche runter und dann hast du eine A-Karte. So. Aber das war es jetzt. Wir sind fertig mit Odima shoppen. Das war ja auch lange genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich werde alles natürlich verlinken für euch. Den Blu-ray-Player werde ich euch mal von Amazon verlinken. Da gibt es den, glaube ich, auch gebraucht. Müsst ihr mal gucken. Das ist einer, also der hat gute Bewertungen gekriegt. Und ja, für den Preis, ein 4K-Blu-ray-Player, da brauche ich mir keine Xbox-Kurven für, 300-400 Euro. Hat eine Fernbedienung mit bei. Er hat aber kein Display. Also ihr seht vorne nicht, Kapitel oder irgendwie Play 1, Play 2, gar nichts. Der ist vorne nur schwarz und hat Tasten und einen USB-Anschluss. Da könnt ihr aber auch eine externe Festplatte ranmachen. Und MKV und X-Wild und was er da alles unterstützt, könnt ihr da alles damit abspielen. So, aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier auch mal einen Cut machen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt zu irgendeinem der Produkte, dann einfach in die Kommentare. Ich versuche, mein Bestmögliche zu machen. Ich werde jetzt die CDs einpacken oben und alle drum und dran und das Video gleich bearbeiten. In der Hoffnung, dass es morgen für euch online kommen kann. Also am Samstag, weil ich mache ja gleich auch wieder den Livestream. Deswegen ist hier Funzel an, weil hier ist ein Duschter. Ist richtig, richtig ein Duschter. Duschter wie ein Bärenarsch. So, aber egal. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Mittag. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Liken nicht vergessen, Bimmelglocke nicht vergessen. Ich bin dann weg. Ahoi, sagt euer Odin. 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 Odin.